Hier präsentieren wir die 5 besten Zitruspressen Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. LUMALANT Original Saftpresse. Mit dem benutzerfreundlichen Presskegel erhalten Sie den optimalen Saft aus Ihren bevorzugten Zitrusfrüchten. Von Orangen über Zitronen bis hin zu Limetten Sie können die Früchte Ihrer Wahl ohne Initiative saftig nehmen und Sie können die schmackhaftesten Getränke in kürzester Zeit eine echte Fachentsafterin zur Verfügung stellen. Nummer 4. Zitronenpresse Zitruspresse Edelstahl 18-8 Manuelle. Ergonomisch für eine effiziente Extraktion, von Zitrone bis zu Dnundorangen und Grapefruit, können die verschiedenen Früchte gut geschoben werden. Die Bits sind ausreichend gefiltert System, der Saft ist sehr klar. Die Kanten sind nicht übermäßig scharf, sodass Sie die Zitrus-Saftpresse gut und auch sicher durch den Deal mit auf der Seite halten können. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Inover Zitronenpresse Die Zitrus-Saftpresse ist nicht nur einfach zu bedienen, sondern drückt zusätzlich den Saft aller Zitronen, Limetten und Orangen extrem effizient. Dies deutet darauf hin, dass Sie sicherlich in der Lage sein werden, mehr Saft von einfach ein paar Zitrus-Früchten zu erhalten, und sie sowohl Bargeld als auch Zeit zu schonen. Nummer 2. Westmark Zitronen-Citruspresse 3.091.227 A. Mit den vernünftigen Zitrus- und auch Saftpressen von Westmark können Sie mühelos leckern Saft ohne Samen oder Fruchtfleisch aus Ihrem bevorzugten Obst und Gemüse zubereiten, Ob für ein gesundes Glas Orangensaft am frühen Morgen, hausgemachte Marmelade oder einfach nur zur Veredelung von Tees und verschiedenen anderen Gerichten. Und die Nummer 1 unserer Liste. Russell Hobbs Organenpresse und Zitruspresse elektrisch. Die Standards Zitruspresse besticht durch ihr hochwertiges Erscheinungsbild aus gebürstetem Edelstahl mit Kunststoffapplikationen. Darüber hinaus wird die Classics Zitruspresse bis ins letzte Detail gut berücksichtigt. Zwei Drehrichtungen sorgen für maximale Saftrückführung beim Pressen. Der Journalismuskegel beginnt sich sofort zu drehen, sobald Stress von oben verwendet wird. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.